bekomme ich viel zu viel angst in diesem spiel und das möchte ich nicht natürlich und die leute die sagen 5 night at freddys ist so gar nicht so gut so hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play 5 night at freddys ich habe es immer noch nicht durchgespielt obwohl dieses spiel schon etwas älter ist und ja ich hatte auch vor freddys zwei und drei zu machen aber da ich jetzt noch das erste teil und nicht durchgespielt habe und das ende nicht weiß möchte ich erst mal das zu ende machen und wir starten mit nacht vier ich liebe dieses spiel oh man das gibt es doch nicht wieso tue ich mir das an wieso gott damit so ich will das muten so kamera zeig mir mal guck mal einer ist schon weg einer ist schon weg oder was das gibt's doch nicht halt die fresse nein okay hase steht schon da nice ok akzeptiere ich so also steht doch da okay alles ist doch fresh weil die läuft mit foxy ok alles scheint noch falsch zu sein dieses muffin da sieht nicht wirklich schön aus werden einfach ganz genau hin wenn ich habe jetzt mal eine neue taktik ich werde jetzt mal nicht so viel verschwenden wie damals sondern ich lausche einfach den sounds ok es ist ein bisschen gruselig ich kann einfach nicht widerstehen ich muss einfach diese knöpfe drücken sonst bekomme ich viel zu viel angst in diesem spiel und das möchte ich nicht natürlich und die leute sagen über die fahrzeug ist sogar nicht so gut der steht schon bereit es gibt es doch nicht hallo foxy ok der hase und foxy steht schon bereit ich höre jemanden gehen zu spät gott damit dieser foxy fucker ach guck mal sind alle losgegangen ah der hase steht schon da nice nice verpestig der hase taucht da auf das hühnchen kommt da und freddy kommt von beiden türen und guckt ganz creepy in die kamera rein hallo ich will keine die wollen wir bestimmt irgendeine werbung wieder andrehen hier nein ich will keine werbung haben verpist auf foxy steht da schon wieder bereit foxy guten tag boah ich habe ich kann das schocken ach da steht immer noch vor der tür was für ein knecht ein sicher ist sicher wo verpiste ich du hähnchen ich will dich nicht weg ich liebe dich nicht und der hase steht immer noch vor dieser tür boah digga hähnchen oder wie heißt du chica chica nein nicht let's eat ich will nichts essen vor allem nicht mit dir schön dass du kommunizieren kannst ja okay foxy steht immer noch bereit der penner steht immer noch vor der tür das gibt es doch nicht nein boah digga das gibt es doch nicht so der ist losgelaufen boah digga das gibt es doch nicht okay okay der hase steht da freddie ist da okay nice oh der steht nicht mehr vor der tür nice dankeschön guten tag nein kein licht er sieht so aus ob ich wieder verkacke ich schaffe dieses spiel einfach nicht ich schaffe es einfach nicht ich bin zu dumm für dieses spiel ich bin eindeutig zu dumm ich kann das nicht stehe ich jetzt ehrlich zu ich kann das spiel einfach nicht ich bin einfach zu dumm für dieses spiel ich bin einfach zu dumm für dieses spiel ja bei 17 prozent schaffe ich das überhaupt nicht mehr außer wenn ich jetzt total auf risiko gehe scheint so als ob chica in der küche ist voll konzentriert hier ich brauche motivation danke schicke ist in der küche okay friday ist da der steht schon wieder bereit der hase steht vor der tür und ich hab verkackt schön unheimlich schön ich schaffe dieses spiel einfach nicht immer bei den letzten prozent schaffe ich es einfach nicht jetzt ist er losgelaufen stell Kinder ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich kann dieses verfickte Spiel nicht gewinnen, weil ich zu schlecht bin. Ich kann dieses Spiel einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Mein Gott. Ich kann dieses Spiel einfach nicht. Ich kann es doch nicht spielen. Oh mein Gott ey. Das gibt es doch nicht. Ich hoffe euch hat dieser Part gefallen. Und ich werde wahrscheinlich nicht mehr wieder spielen. Weil wie ihr sehen könnt. Ich schaffe das Spiel einfach nicht. Ich habe schon offscreen versucht diese vierte Nacht irgendwie durchzubekommen. Aber ich bin einfach zu blöd dafür. Ich bin einfach zu blöd dafür die vierte Nacht zu schaffen. Ich kann das einfach nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich kann dieses Spiel einfach nicht schaffen. Ich weiß nicht wieso. Ich schaffe es einfach nicht. Ich habe immer diese Angst in diesem Spiel. Das rechts und links jemand auftauchen können. Obwohl die bei der Kamera woanders sind. Aber das ist halt so in diesem Spiel geregelt. Und es gibt das. Wenn ich jetzt in die Kamera. Also wenn ich die Kamera jetzt aufrufe. Und ich gucke jetzt. Aha guck mal. Der Hase ist jetzt gerade da in der Mitte. Was weiß ich ne. In diesem großen Esszimmer. In dem Partyzimmer oder so. Keine Ahnung. Und dann wenn ich das zu mache. Und wieder aufmache. Dann ist er wieder weg. Dann steht er auf einmal vor meiner Tür. So. In diesem Spiel kann man nur auf Risiko spielen. Jetzt mal ernsthaft. Man kann in diesem Spiel nur auf Risiko spielen. Und Freddy ist wirklich noch nie aufgetaucht. Okay. Er taucht immer am Ende auf. Wenn ich verkacke. Aber wirklich so aufgetaucht ist er schon mal nicht. In den Kommentaren wurde auch sowas schon mal erwähnt. Wie zum Beispiel der goldene Freddy. Von dem ich auch keine Ahnung habe. Wann der Knabe auftaucht. Und ja. Ich persönlich. Ich sehe einfach keinen Sinn. In diesem Spiel weiter zu machen. Ich kann das Spiel einfach nicht. So. Ich wollte aber damals schon mal sagen. Das war es auch schon mal von dem Part. Wir sehen uns dann. Zu meinem nächsten. Ich sage mal zu meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Der Adler hat mich ziemlich gut genau. Ey. Der Stand. Der Typ hat eine Waffe. Ich traue mich. Ich traue den Typ nicht. Ich traue den Typ nicht. Ich traue den Kopf noch. Geil. Das ist so. Oh. Geil. Erstmal checke ich, ob da jemand steht. Da ist niemand. Hört er mit. Hört da mit. Hört da mit. Hört da mit. Vielen Dank.